wo ist das radio stimmt irgendwo oben oder da drin schlüssel ich sehe hier überhaupt nichts nicht nur mit taschenlampe man aha Das war's. Freund oder Feind? Auch mal Feind? Ich versteh die Konstellation mitunter nicht so ganz. Meine Munition. Boah, hier ist gedudelt. Was noch hier weiter, ne? Ich glaube ich muss die ganze Aufnahme noch mal nachbelichten. Das ist viel zu dunkel. Nur für den Fall. So, safe ist doch bestimmt irgendwo hier. Oh. Nehme ich aber auch sehr gerne. Nehme ich hier auch vor, neh? Ne. Wie verschlossen. Da ist aber kein Schloss dran. Bekloppt. Ich guck an, ob ich noch irgendwas interessantes sehe, aber... Es sieht sehr schlecht aus. Von daher... Weiter geht's. Ja. Brüder wieder! Na toll. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Föder. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Oh. Oha. Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Bitte zu deinem Marx oder sonst wem. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. naa aaa 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 aaaa aaa 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 aaaayy unbekannte Personen helfen uns wieder. Sehr schön. Eine Sache liebe ich bei den Bösern. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den abzudrücken. Ja. Und ihr seid? Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Handtagszeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Jotz, Alter. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Mit Hunter ist leider nicht mehr viel. Hey, nicht so schnell. Jo, moin. Ziehen und drücken? Also Leute, viel Glück. Also gut, zielen und abdrücken wäre jetzt mein Angebot gewesen. Wir versuchen leise hinter die Sperren zu gelangen. Ruhig bleiben, dann übersehen Sie vielleicht, dass wir anstatt der Besatzung hier drin sind. Wenn alles schief läuft, dann tu, was ich dir sage. Nö, 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 nö. Nö, nö. Nö, nö. Was macht ihr hier draussen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Äh, wir... Wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Mohnen liefern. Die haben ihre Mohnlieferung bereit bekommen. Wer sind Sie? Heben Sie ihr Visier an. Halt! Alarm! Fahrzeuge bemannen! Hinter uns! Ja! Ja! Äh! Ist du okay? Wo ich mir jetzt gerade hin? Hallo! Ach ja! Na, natürlich. Immer hinter uns. Wo? Noch da. Ja, komm. Ja, komm. Ja, ja. Hallo? So. Aha. Ups? Wo? Warte mal. Warte mal. To. Warte mal. Warte mal. O mój Boże! To jest panzer! Boah! Sehe nix! Sag mal. Ist es normal, dass ich hier so ruhig ist? Na toll. Na toll. Ja. Ja. Wow. Das hab ich wohl mitgekriegt. So. Vollgas. Oh, toll. So, na gut. Alles klar. Funktioniert. Was ist das? Erstmal. Achso. Aufsteckhöhlen. Jo, 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 jo. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Achso. Achso. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Natürlich immer, weil du nie richtig liegst. Fast da. Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Oh, achso, Vorfahrt. Oh. 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 Hör zu. Wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein. Aber sei auf alles gefasst. Nicht. Hier muss jemand sein. Erledige ihn auf Jochen. Erledige ihn auf Jochen. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Erh. Tschöne mal ganz. Die. Gute. 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 Ähh. Soll mal graß sie. Na komm. Dranbleiben! Ja, schwierig. Wollen wir jetzt? Puh, Gott sei Dank, dass sie keinen Wagen haben! Sonst hätten sie uns in diesem Tunnel erwischt! Oh, da kommt noch was anderes. Ah, natürlich. Nosalis. Ich sehe nichts! Was ist denn das? Da war doch immer... Haben sie in die Luft gejagt? Ach du Kacke! Uah! Das war knapp. Ah, alter! Ja, Licht ist auch mehr schlechter als recht. Gefällt mir nicht! Das ist der Bau! Ich habe so viel davon gehört! So sieht es also aus! Das ist halt auch auf dem Wagen, ne? So ein Depot halt aussieht. Was war das denn? Losalis! Töte sie! Sonst kommen wir nicht mehr raus! Hallo! Weg! Weg! Gestart. Weg! Weg! Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Nosalis? Töte sie, sonst kommen wir nie mehr raus. Ach man. Sollte ich eigentlich irgendwas treffen? Ich habe nicht mal Zeit zum Nachladen. Nö, lass ihn leben. Nein. Oh, toll. Oh, wo fahre ich denn jetzt hin? Hallo? Bremsen? Bremsen! Oh. Oh, nö, 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 nö. Ähm. Hallo? Na, schöne Scheiße. Oh ja, smart. Hallo? Soll ich denn? Gehe ich noch woanders hin? Hallo? So. Was soll ich hier lang? Oh, schwierig. Ich gehe erstmal hier unten lang. Oh, cool. Okay. Okay. Schiefst den Augen.